Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es wird auf jeden Fall nochmal Zeit für ein kleines EDC Update jetzt zum Frühsommer 2019 hin. Habe lange keins mehr gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube das letzte war zum neuen Jahr. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall nochmal höchste Eisenbahn für ein kleines EDC Update. Ja, starten werde ich mal wie immer oder wie meistens mit der Geldbörse. Das ist immer noch die Denke Fair Geldbörse. Tolles, tolles Teil. Gefällt mir richtig gut. Vielseitig groß. Passt eine Menge rein. Zwischendurch war ich ja eher so ein bisschen auf dem minimalistischen Trip. Aber dieses schöne Stück fair produziert, das hat es mir doch so sehr angetan, dass ich das aus meinem EDC kaum noch wegdenken kann. Mein Smartphone und das jetzt für die letzten Tage. Heute ist Pfingstmontag 2019. Das wird am Mittwoch ersetzt werden durch ein Xiaomi Redmi Note 7. Doch aktuell ist es noch mein... Kriegen wir das hier so unter, dass das alles ganz hübsch aussieht. Mein Honor 6X. Im Einsatz jetzt seit, ich glaube, etwa 26 Monaten. Und das hat jetzt die Macke, dass es immer in den Neustart geht, sobald ich den Standby-Knopf drücke oder auch nur berühre. Manchmal auch mitten in der Anwendung. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendein Software-Problem ist. Allerdings hat sich das, wenn ich jetzt rückblickend mal drauf schaue, schleichend entwickelt. Also das ist eine Sache, die sich über die letzten Wochen schon immer verstärkt hat. Und zuerst waren es nur Ausfälle, ich glaube sogar bei WhatsApp. Wenn ich da WhatsApp-Stories mir angeguckt habe, dass dann teilweise das Ding sich aufgehängt hat und neu gestartet hat, dann gab es bei WhatsApp überhaupt keine Probleme mehr. Aber es fing an über den Standby-Button, dass es da Probleme gab. Aber ganz egal, woran es liegt, es geht mir auf jeden Fall mächtig auf den Zeiger. Von daher wird das Ding jetzt ausgetauscht. Ich glaube, nach über zwei Jahren ist es auch mal wieder Zeit für was Neues. Und ich freue mich jetzt auch auf das Xiaomi. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig gutes Gerät. Offiziellen 48-Megapixel-Sensor verbaut. Ja, mal schauen. Der bringt die 48-Megapixel bei den Fotos nicht. Das ist so ein ganz klein bisschen schön gerechnet. Der Sensor kann es, aber der Chipsatz, der verbaute, der Prozessor, der kann die 48-Megapixel wohl nicht verarbeiten. Von daher, ja, aber die Pixelgröße ist ganz anständig. Das Ding soll auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder machen. Und wenn ich ehrlich bin, neben der reinen Prozessorgeschwindigkeit, die für Multitasking recht interessant ist, das sind natürlich die Video- und Fotofunktionen für mich mit die wichtigsten. Dementsprechend lag da mein Hauptaugenmerk drauf. Und das Ding gibt es mit 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Aktuell für 177, 178 Euro. Ich werde den Link mal unten reinpacken, falls jemand Interesse hat, sich das Ding mal genauer anzuschauen. Ich bin auf jeden Fall von den Daten und von allem, was ich gelesen und gesehen habe, schwerst begeistert und freue mich tierisch auf das Teil. Ja, wir sind kurz vor dem längsten Tag des Jahres. Wir haben gerade mal knapp 5 Stunden Dunkelheit des Nachts. Na, sagen wir mal knapp 6. Es ist also verdammt lange hell. Ja, und dennoch habe ich die meiste Zeit noch eine kleine Taschenlampe irgendwo im Rucksack. Nicht am Mann, sondern im Rucksack. Die Jackenzeit ist ja nicht wirklich gerade, ne? Und obwohl hier schon die kleine Olight Ion liegt, ja, die ist mehr so ein kleines Schmuckstück, ist es nach wie vor so, dass die Sofern SF14 Version 2 sich bei mir durchgesetzt hat. Kaum zu glauben, aber war eine 17,99 Euro, glaube ich, waren es. Taschenlampe hat erstmal alle anderen ausgestochen und ist die meistgenutzte Taschenlampe bei mir mit dem 14.500er IMR-Akku. Bringt sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa 800 Lumen. Die brauchst du nicht. Ich habe eine Tail-Stand-Fähigkeit. Zwar ein bisschen wackelig, aber es funktioniert. Das heißt, ich kann das Ding abends auf den Nachttisch stellen und, ja, durch einen Druck mit dem Moonlight-Modus, der ist hier, glaube ich, das war der 2 Lumen, ich weiß es gar nicht, fast schon zu hell für mitten in der Nacht. Hast du dann aber trotzdem noch anständig genug Licht, wenn du mal auf der Suche bist nach der Wasserflasche oder die Nase putzen musst oder kurz zur Toilette gehst. Also das passt auf jeden Fall. Und oben raus mit einem 14.500er Sattleistung und selbst mit einer normalen Doppel-A, glaube ich, immer noch 300 Lumen. Also für alle Belange definitiv genügend Licht. Schlüssel. Ja, nach wie vor zwei Schlüssel am Mann täglich. Das sind einmal Hauswohnungsschlüssel bzw. Schlüssel vom Büro und vom Haus meiner Eltern, falls ich die besuche. Die sind an meinem Kiba Titan. Tolles, tolles Teil und nach wie vor mein absoluter Lieblingsbeat. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen, ist der Bronzebeat von Niki Kobanang. Ganz liebe Grüße raus nach Österreich. Das Ding wird jeden Tag gerockt seit mittlerweile, ich glaube, drei oder dreieinhalb Jahren. Der ist nicht wegzudenken und das ist auch der einzige Beat, der bis jetzt niemals aus meinem EDC verschwunden ist. Also der war immer irgendwo dran und das wird auch auf jeden Fall so bleiben. So, hier muss ich das Licht zwischendurch mal wieder einschalten, denn ich will absolut nicht riskieren, dass sich das Ding jetzt hier während meines Videos auch nochmal neu bootet. Der zweite Schlüssel ist der Moped-Schlüssel. Wie immer, den habe ich separat. Lieben Gruß raus an den Niko für den tollen, tollen Tasmanian Tiger Anhänger mit diesem massiven Karabiner. Daran natürlich immer hier mein Bearded Skull, das Teil separat. Also Moped-Schlüssel ist immer losgelöst vom Rest. Uhr. Es gibt eine neue Uhr in meinem EDC und die habe ich zuletzt auch täglich getragen. Diese Uhr wurde mir vom Hersteller gratis zur Verfügung gestellt. Und die Auflage war, dass sie es schön fänden, weil sie auf meinen, auf meine Instagram-Bilder stehen, wenn sie die Uhr zwischendurch immer mal wieder auf Instagram sehen würden. Ja, gerne. Das ist eine Spinnaker. Grundsätzlich erstmal eine englische Marke. Das ist ein Exil-Inda oder Exil-Pakistani, der jetzt aber mittlerweile Firmensitz, glaube ich, in China hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ursprünglich immer noch ein britisches Unternehmen. Das ist so ein Konglomerat. Alles ein bisschen verworren. Das ist einfach nur ein Branding. Aber die Qualität weiß definitiv zu überzeugen. Ihr könnt schon sehen, das ist eine Automatik, angegeben mit 500 Fuß, 150 Meter. Das ist so eine Reminiszenz an klassische Taucheruhren. Das Modell heißt Floys. Das ist benannt nach dem Mann, der die Sauerstoffversorgung für Taucher erfunden hat. Oder den Helm mit Sauerstoffversorgung zum Boot, wo also Luft nachgepumpt werden konnte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall nach einem Tauchpionier aus dem 19. Jahrhundert benannt. Wunderschöne Uhr. Drehbare Lunette mit 120 Rastungen. Schöne Lume. Alles ein bisschen auf Retro getrimmt. Und wer meine eigentliche Uhr kennt, die Steinhardt, der weiß ja, dass ich so ein bisschen auf den Retro-Style stehe. Das bedeutet aber auch, dass die Lume nicht die ganze Nacht durchleuchtet, wie man es vielleicht von einigen Saikos kennt. Hier haben wir erstmal eine relativ schwache Lume. Und ich würde mal sagen, nach 30 Minuten ist also nicht mehr so viel zu sehen. Glasboden. Ja, so ein Traktorwerk aus dem Hause Seiko verbaut. Die Uhr rennt ein bisschen. Sie ist an den ersten zwei Tagen, war sie erst 14, dann 12 Sekunden zu schnell. Mittlerweile hat sich, glaube ich, so bei 8, 9 eingependelt. Sie ist definitiv ein bisschen zu flott. Können wir vielleicht auch sehen. Auf meinem Smartphone ist noch 14.50 Uhr jetzt genau. Hier haben wir schon 14.52 Uhr und 30 Sekunden. Das heißt, die hat jetzt in den letzten 8 oder 9 Tagen oder 10 Tagen, keine Ahnung, doch wieder 2,5 Minuten gewonnen. Dann wären wir ja doch wieder bei etwa 14 Sekunden, 15 Sekunden. Ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass das so der Wert ist, mit dem man rechnen muss. Aber ganz ehrlich, überhaupt kein Problem. Wen das stört, der kann die Uhr morgens einfach mal wieder kurz für ein paar Sekunden anhalten und dann die Krone wieder reindrehen. Und schwupps hast du das Ding immer wieder akkurat gestellt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit 14, 15 Sekunden, auch wenn das natürlich kein Topwert ist. Ich habe, glaube ich, anderthalb bis zwei Sekunden bei der Steinhardt, die steht jetzt, wie ihr sehen könnt, heute ist der zehnte. Die habe ich also die letzten Tage nicht getragen. Das ist tatsächlich so, dass die Spinnacker, gerade jetzt mit dem NATO-Band, kriege ich die jetzt noch so positioniert, dass ich nicht unbedingt direkt mein Studiolicht als Reflexion drin habe, ja, dass die sich so wunderbar trägt, so toll ablesbar ist und auch vom Design voll meinen Geschmack trifft, dass die jetzt erst mal mein Handgelenk nicht verlassen hat. Also, tolle, tolle Uhr. Gefällt mir sehr. Lieben Gruß und ganz herzlichen Dank nochmal raus an Spinnacker, die mir halt die Möglichkeit gegeben haben, dieses Teil mal auszuchecken. Ja, Taschenmesser. Muss ich ganz ehrlich gestehen, sind in letzter Zeit drei bis vier dabei. Nicht am Mann, sondern zwei davon immer im Rucksack. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mein Titan-EDC, die große Max-Bedition-Tasche mit dem Titan-Helferlein, immer im Rucksack trage und da ist hier mein Daily Customs Victorinox drin. Dieses Messer ist also jeden Tag dabei. In meinem Federmäppchen habe ich noch dieses winzig kleine Titan-Damast-Flipper-Messerchen von FuraGear. Das habe ich auch mal vorgestellt. Die werden ja auch teilweise dann noch unter anderen Labels vermarktet und dann teilweise für Unsummen von 120 Euro oder so angeboten. Bei Gearbest habe ich, glaube ich, 32 Dollar bezahlt. Also die Dinger kriegt ihr super günstig, wenn ihr wisst, wo ihr gucken müsst. Meiner Meinung nach das exakt gleiche Modell, nur anders gebrandet. Also Daily Customs Victorinox immer dabei. In der fünften Jeans-Tasche immer dabei. Zuletzt aus dem Tausch mit dem New Edge Outlaw, mit dem Timo. Das Spyderco Squeak Titan LMAX. Ich liebe das Kleine. Das macht so viel Spaß. Das ist wie so ein Worry Stone, wie so ein Fidget-Teil, was du in der Hand hältst, was du durch die Hand gleiten lässt. Wie so ein kleiner rundgelutschter Kieselstein. Es fühlt sich einfach nur fantastisch an. Es macht Spaß, das Kleine zu öffnen und zu schließen. Die Pakete damit aufzumachen. Selbst wenn du nur 4,6, 4,8 oder was auch immer Zentimeter Klingenlänge hast. Ich habe es noch nicht mal nachgemessen, weil es mir bei dem Kleinen einfach total egal ist. Es macht so oder so Spaß. Dementsprechend, ja, tolles Teil. Absolut Volltreffer. Trifft meinen Geschmack zu 100%. Alles richtig gemacht. Ja, und Numero Letzte, auch nahezu täglich in meiner Hosentasche, weil es einfach absolut perfekt ist. Und das habe ich in meinem Video, meinem Update zu den Top 5 Messern 42 A-konform, habe ich es ja schon etwas ausführlicher gesagt. Das ist das Lion Steel Bolus Drop von Tools4Gents. Die Collector Knives Edition von Lion Steel M390 Stahl Natural Canvas Mikata. Wow, was für ein schönes und taugliches und komplett perfekt verarbeitetes Taschenmesser. Ich liebe das Teil. Ganz ehrlich Leute, die Collector Knives Edition sind nicht die günstigsten Taschenmesser am Markt, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Preise sind etwa auf Great Eastern Cutlery Niveau. Wenn ihr ein vergleichbares Modell nehmt mit Mikata und Bolson und hast du nicht gesehen, dann bist du schnell bei 140, 150 Euro. Hier zahlst du 130, hast M390, hast wunderschönes Mikata, hast eine perfekte Handlage, eine perfekte Größe, ein perfektes Gewicht für den Alltag, 42 A-konform. Was willst du mehr? Das Ding ist einfach nur scheißendreck perfekt. Ja, mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. So, und das hier, was ihr hier auf dem Tisch vor euch seht, mal abgesehen von dem Untersetzer und der Olight Ion, die 10 Jahre Jubiläumsedition, wann war das? Weihnachten 2017 glaube ich, sind die rausgekommen. Mal abgesehen von den zwei Teilen. Das ist aktuell mein EDC. Das WIC steht stellvertretend für die Maxpedition Titan Pouch, die in der Regel jeden Tag noch mit in meinem Rucksack ist. Zusätzlich natürlich noch der Mopped Schlüssel. Und die Ledertasche für Smartphone. Ja, mehr ist es nicht. Es ist auch jetzt nichts, was irgendwie in irgendeiner Form außergewöhnlich ist. Es ist meiner Meinung nach relativ klassisches Standardzeug. Klar, so ein Kiba, nicht jeder zahlt 80 Euro für einen Titan-Schlüssel-Organizer, ganz klar. Die meisten haben Victorinox auch einfach nur mit roten Kunststoffschalen und nicht mit einer Titan-Beschalung. Made in Hamburg, Germany. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch das mal anschaut, das ist ja jetzt wirklich nichts Besonderes. Es ist ein einstiegsklasse Smartphone. Es ist eine China-Uhr mit einem Japan-Werk und einem, weiß ich nicht, 12, 13 Euro NATO-Strap dran. Hier übrigens auch ganz, ganz liebe Grüße raus von einem ganz, ganz lieben Messerfreund, der einfach mal in seine Sammlung geschaut hat und mir ein paar NATO-Straps rumgeschickt hat, als wir uns darüber unterhalten haben. Er sagte, die nutzt er nicht. Ja, habe ich auch schon angekündigt, dann werde ich mich an dieser Stelle noch irgendwann erkenntlich zeigen und mich für diese nette Geste revanchieren. Wie gesagt, alles Standardzeug, nichts Außergewöhnliches, keine Custom-Messer für einen vierstelligen Betrag oder so. Und trotzdem meiner Meinung nach hochtaugliches Zeug, das im Alltag einfach nur einen Riesenspaß macht. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere nochmal ein Update zu seinem EDC drehen würde. Das ist das, was ich zum Start in den Sommer 2019 so bei mir habe. Pfingst Montag 2019, um genau zu sein. Dementsprechend wünsche ich euch allen noch einen schönen Feiertag. Genießt das Wetter, wenn es bei euch denn so schön ist. Wir haben aktuell 23 Grad leicht bewölkt, ist fast ein perfekter Nachmittag. Dementsprechend werde ich dann gleich mal die Schuhe schnüren und später noch einen Kumpel besuchen fahren. Werden wir uns dann noch einen schönen Abend machen und das lange Wochenende ausklingen lassen. In diesem Sinne, euch eine tolle Zeit, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.